There's no turning back now. Wir geben Gas! Seid gespannt, wir fangen an! Es geht los! Treffen sich zwei Hunde. Sagt der eine zum anderen, mein Herrchen ist so saublöd, jetzt bringe ich ihn schon zum tausendsten Mal den Ball und er wirft ihn immer wieder weg. Ach echt? Und? Siehst du mich lachen? Pass auf, pass auf! Trifft ein dicker Hund auf einen dünnen Hund und sagt, wenn man dich so ansieht, könnte man meinen, eine Hungersdruck wäre ausgebrochen. Darauf der dünne, wenn man dich so anguckt, könnte man meinen, du seist schuld daran. Ah, verrückt! Pass auf, pass auf, jetzt weiter, weiter! Warum rennt euer Hund immer in die Ecke, wenn es an der Tür klingelt? Weil es ein Box heißt! Könnte jetzt nicht der Strom ausfallen? Weiter, weiter, weiter! Unterhalten sich zwei Freunde. Sagt der eine zum anderen, es ist schrecklich mit unserem Hund. Er jagt jeden Postboten auf einem Fahrrad. Darauf der andere, dann nimm ihn doch das Fahrrad weg! Bist du müde? Geht noch weiter, geht noch weiter, geht noch weiter! Pass auf! Stehen drei Wunde im Garten. Sagt der Erste, wow! Sagt der Zweite, wow! Sagt der Dritte, wow, wow, wow! Darauf zieht der Erste seinen Revolver und er schießt den Dritten. Fragt der Zweite, was sollte das denn jetzt? Darauf der Erste, er wusste zu viel. Oh Mann, ich werd grad so müde. Barney, du kannst doch bei Sonnasein noch nicht einschlafen. Pass auf, einen hau ich noch raus, einen pass auf, einen hab ich noch. Sagt eine Frau zu ihrer Nachbarin, ihr Hund hat gerade meinen Wellensittig gefressen. Darauf die Nachbarin, gut, dass sie das sagen. Dann bekommt er heute kein Abendessen. Ach! What are you doing? Kumpel, warte jetzt, einer geht noch, einer geht noch, oder? Treffen sich zwei Pudel auf der Straße. Nach kurzem Beschnüffeln sagt der eine, mein Name ist Alexander vom Perserland, wie ist denn dein Name? Fragt der andere. Was ist das, ein Name? Na, so rufen die Herrchen und Frauchen immer, antwortet der andere. Ach so, dann ist mein Name runter vom Sofa. Okay, Freunde des guten Geschmacks, da sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Wir hoffen, ihr hattet jede Menge Spaß. Ich hatte ihn. Und du, Barney? Fragst du mich das jetzt allen Ernstes? Du hattest doch auch Spaß, Barney, oder? Barney? Boah, du nervst! Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann liked, kommentiert, abonniert, was das Zeug hält. Wir sehen uns wieder nächste Woche mit einer neuen Ausgabe. Ich weiß noch nicht, was das sein wird. Es wird etwas ganz verrücktes sein. Macht's gut die Woche. Get freaky. Haut rein. Wir sehen uns. Ciao. Tschüss. Wie immer, zum Schluss nur ein Schmankel. Was heißt Hund auf Italienisch? La bello. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao. Tschüss. Wir sehen uns. Alles Gute. Hau drei.